Hallo liebe Zuschauer, hier ist wieder Bernd and Friends, wo unser sympathisches, immer gut genauntes Kastenbrot auf seine besten Freunde aus dem Showbiz trifft. Also freut euch auf Spaß, Spiel und ganz viel Comedy! Wer immer du bist, stimme aus dem weißen Nichts. Du hattest bestimmt eine schwere Kindheit. Und hier ist Bernds Weichvater, Schleppenhalter und bester Freund auf der ganzen Welt, Oliver Beer Henkel! Bonny, alte Stille! Ups, immer schön mit der Marmeladenseite nach oben fallen. So, damit haben die Brotwitze ihr Rekordtief erreicht. Bei dem generellen Niveau dieser Sendung wäre das jetzt 20.000 Meilen unter dem Meer. Mensch, Olli! Alter Entfernter, Bekannter! Du hier und nicht da, wo ich nicht bin! Schade. Ja, hör mal, ich freu mich auch. Aber was machen wir jetzt? Urlaub? Ohne dich. Und jetzt sind Bernd und sein bester Freund Olli für euch! Dick und doof! Ach Mist. Wobei, wer von uns beiden spielt eigentlich Dick? Das fragst du jedes Mal und deshalb sage ich immer der, der fragt. Warum denn immer ich? Isst vielleicht in Zukunft ein bisschen mehr Obst. Oh, danke! Halt! Wir sind in einem Stumpffilm. Ist nie eine Banane in einem Stumpffilm. Aber warum nicht? Ich hab Hunger! Bananen sind Früchte und haben Schalen. Rutschige Schalen. Und aus irgendeinem mir nicht erfindlichen Grunde ist es im Stumpffilm ein Gesetz, dass dann alle dauernd zu alberner Musik darauf ausrutschen. Verstanden? Gut. Du hast sie gerade gegessen, stimmt's? Und ich steh auf der Schale, oder? Okay. Musik. Musik Oliver? Ja, Bernd? Das war sehr albern. Ja, das stimmt. Und was kommt jetzt? Na, was wohl? Die Pointe. Hui, das sind aber viele Vöglein. Schön. Gut. Genau. Untertitelung des ZDF, 2020